Vor allem, ich soll zwei riesige Zombiewellen überleben. Wie soll ich das schaffen? Ähm, ich sehe gerade schwarz. Gut. Jetzt heißt es zugucken und Sonnenenergie einsammeln. Bis jetzt geht es nämlich wieder bei mir. Nope. Du kannst doch nicht verlieren. Du bist doch hier der Pro in Plants vs. Zombies. Haha, in Plants vs. Zombies aber nicht in dem. Deswegen, wenn er mir die Pflanzen nicht gibt, die ich habe. Schlingende Rankenpflanzen habe ich jetzt bekommen. War wieder ein Sack. Ja, ich bin... Ich bin tot. Oh nein. So, die Rankenpflanze versuche ich gleich mal zu setzen. Also ich habe eine sehr gute Verteidigung mittlerweile aufgebaut, aber jetzt kommen sehr viele Eimer-Zombies. Ja, die beißen sich die Zähne aus an der Wand. Das ist schon mal gut. Sie haben eine Freundschaftsfrage erhalten. Ich kann doch jetzt nicht. Rankenpflanze. Das war ich. Rankenpflanze. Kann ich gleich annehmen. Danach. So, da haben wir mal die Funktion der Rankenpflanze im Blick. Die würde ich auf jeden Fall gleich nochmal bauen. Sehr gute, dicke Verteidigungswall, den ich jetzt hier habe. Was ist los? Ich bin am Verlieren. Das macht Spaß. Naja, passiert. Aber denke an die Belohnung. Ja. Und die Erfahrungspunkte, die du hier einstrechen kannst. Läuf. Und am Ende wartet auch noch was Besonderes. Ein sehr, sehr starker Gegner. Am Ende. Ja. Also, da kannst du halt schon die Aufnahme betten, wenn du es geschafft hast, weil das wird sich irgendwie hier noch umstunden. Ja, aber dann hast du wenigstens Offscreen was zu bespielen mit dir. Ja, ich würde mir die Quest nicht entgehen lassen an deiner Stelle. Weil wegen der Belohnung alleine und den Erfahrungspunkten schon. Und zur Not kann ich dir die auch noch machen. Wenn du absolut verzweifelst. Weil ich bin hier auch absolut verzweifelt beim ersten, zweiten Mal. Aber du siehst ja auch dann die Questreihe hier bei mir. Eine riesige Zombiewelle nähert sich. Oh nein, die schockt wieder. Nein, 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 nein. Oh, diese fetten Dinger hasse ich für die Pest. Oh nein. Oh nein. Oh, er hat ihn in der Mangel. Sehr gut. Oh, diese dicken Dinger, die hier gerade rumgeschleudert werden in lila, die hasse ich für die Pest. Zack, da haben wir dann eine Rankenpflanze sehen. Was ist los? Was lacht ihr da so? Ach, gar nicht. Ich lache doch gerne, das weißt du doch. Ach ja, ihr seid so still. Ja, weil das nicht schön ist. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Ganz einfach, weil es nicht schön ist, dieses Spiel zu spielen. So, dann packen wir da wieder eine Rankenpflanze in. Dann muss so sie bei normalen Plants vs. Zombies bleiben. Ja, das ist schön. Naja, das hier ist ja auch nur eine Questreihe. Das ist ja nichts für Emelich. Ich warte jetzt, bis ich tot bin hier. Deshalb geht es weg. So, die nächste Welle wird riesig. Aber da habe ich ja meine Tentakel hier schon rausgeholt. Hallo hat seine Tentakel schon rausgeholt. Mhm. Mhm. Mehr als eine. Ohohoho. Hallo, das ist doch mehr als eine Tentakel. Vier Stück habe ich. Musi, das wird doch noch ein Spaß. Vier Stück habe ich gerade draußen. Eget. Zombies haben euer Gehirn. Ja, ich habe doch gesagt, ich mache das nicht. Achso, ich dachte, das wäre jetzt wie jetzt. Habe ich jetzt verloren? Geht das jetzt wieder von vorne los? Wo ist eigentlich jetzt die Quest von mir? Ja. Wieso habe ich jetzt den Totenkorn? Ja, von, von der ersten Welle an. Bei mir hängt es glaube ich irgendwie. Ja, wieso? Hier kommt doch so ein Riesenvieh jetzt auf mich zu. Hä? Jetzt bin ich ja, ähm, irgendwie. Are you killing me? Hä? Ich glaube, meine Quest ist verbuggt. Die hängt irgendwie. Ja. Ich glaube auch, weil jetzt habe ich hier so ein Riesenvieh. Ich habe doch gerade verloren. Zumindest haben wir euer Gehirn, stand da gerade. Ich weiß, es ist angenommen. Also bei mir passiert gerade nichts. Ich kriege nicht mal einen Zombie mehr und ich bin bei der sechsten von der siebten Welle. Ich glaube, ich habe deine, deine Dings da jetzt, oder? Weil ich bin ja weiter, obwohl ich verloren habe. Hä? Das wäre ja jetzt. Das ist irgendwie verbuggt. Das ist ja scheiße jetzt. Das ist richtig Mist. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt... Ja, ich kann jetzt nichts mehr machen. Ich habe jetzt überall Pflanzen hingestellt. Ich kann jetzt nichts mehr machen. Überall stehen Pflanzen. Jedes einzelne verdammte Fach. Kann so Pflanzen irgendwie abreißen. Nö. Ich glaube, das Spiel ist verbuggt. Das ist aber schade. Ich hätte es doch zu Ende machen müssen. Scheiße. Und jetzt? Quester pressen und wieder... Ja, jetzt steht nämlich überall was bei mir und es kommt kein Zombie und ich müsste eigentlich noch eine riesige Zombie-Welle machen und jetzt steht da eigentlich... Ja, egal. Hm. Oh. Ich habe vor allen Dingen einen Totenkopf über meinen Kopf. Liebes, liebes Blizzard. Das warst du? Ja. Liebes Blizzard Entwickler Team, achtet mal hier drauf. Äh, das ist, glaube ich, verbuggt, ne? Macht mal was dagegen. Jetzt sofort. Danke. Ich bin gerade echt am überlegen, ob ich ein Ticket eröffnen soll. Weil ich kann ja nichts mehr machen, ne? Gar nichts mehr. Auch nicht abbrechen. Doch. Würde ich an deiner Stelle machen. Abbrechen kann ich, aber das ist doof, weil dann muss ich wieder von vorne anfangen jetzt. Hey, jetzt sehe ich dich da auch stehen. Jetzt nicht mehr. Ja, jetzt nochmal von vorne anfangen. Oh, ey. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Ne, weißt du was? Oh, ne. Ich will jetzt aber nicht nochmal von vorne anfangen. Aber ich glaube, es ist wirklich verbuggt, weil ich habe jetzt nochmal die Quest angenommen und jetzt fange ich hier mittendrin an. Ja. Ja, ne. Weißt du was? Ähm. Wollen wir mal eine Aufnahmepause machen? Ja, ich überlege gerade. Echt, das ist das. Weil das bringt ja... Ja, dann offscreen, sondern bis das halt wieder Richterschlüsse wird. Ja, ich habe jetzt nochmal angenommen und jetzt mache ich es nochmal, aber... Ja, ich weiß nicht. Richtig was bringen tut es ja nicht. Ich habe nicht von vorne nochmal gestartet, sondern... Ja, von dem, wo ich jetzt gerade gehangen bin und es nicht mehr weiterging, habe ich jetzt gestartet. Ist ja scheiße, dass das jetzt verbuggt war. Ich hätte das jetzt so locker schaffen können. Mist. Zack, neu. Drei Sonnen. Dann stellen wir mal da einen hin. Ja, komm. Weißt du was ich mache? Ich ziehe das jetzt durch. Ich mache es jetzt nochmal. Ja, mein Ehrgeiz. Mein Ehrgeiz. Der kommt gerade wieder durch. Der kommt durch. Der kommt durch. Der hat sich... Ach, die Hose wieder zu. Der hat sich jahrelang versteckt und jetzt kommt er durch. Ne, jetzt will ich das aber auch wissen. Ob die wieder verbuggt ist oder ob ich jetzt endlich mal das beenden kann, dieses blöde Quest. Ich wäre ja fast fertig gewesen mit der ganzen Questreihe, weißt du? Mhm. Hätte nicht mehr viel gefehlt. Danach kommen nämlich die Ranken... Also nach den Ranken, die ich jetzt gleich kriege, kommt nämlich nur noch eine Explosionsbombe und dann wärst du fertig gewesen. Dann hättest du nämlich den Boss gehabt und... Ja, ja. Naja, genau. Naja, baue ich wieder alles... mein ganzes Imperium auf hier. Das Imperium schlägt zurück. Ich schlage zurück, genau. So, dann da oben wieder einer hin... Weil da oben ist noch keiner. Da sag ich was. Hast du da auch noch keine gehabt? Ne. Da knabbert schon das erste Zombie an der ersten Pflanze. Oh oh, ich muss den Zombies stoppen. Ach ja, ich geh da zwischensalb mal ein bisschen Erze sammeln. Ja, mach das. Mann, die war da fast fertig. Das ärgert mich so. Tut mir auch voll leid für die Zuschauer jetzt. Aber gut. Na, 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 lass dich nicht verarschen. Besonders nicht bei der Quest. Besonders von der Quest? Ne, ich lass mich von keiner Quest hier verarschen. Eine riesige Zombie-Villain nähert sich. Oh mein Goooosh. Oh ja, gosh. Oh mein Goosh. Okay. Wie schaffst du denn das so schnell? Das geht doch gar nicht. Das geht schon. Ne, geht nicht. Siehst du im Video? Ich schaffst. Kann ich dir nicht erklären, sieht man. Geht schnell. Du cheatest. Ich cheat nicht. Ich habe noch nie gecheatet. Das glaub ich dir nicht. Das ist eine reine Lüge. Nein. Noch nie in WoW gecheatet. Oh. Das kann wirklich sein. Weil es da keine Cheat-Möglichkeiten gibt. Sonst hätte ich diese Quest mir schon länger fertig gecheatet. Ich muss jetzt Zwerge töten. Ich mag aber Zwerge. Dann musst du jetzt für jeden Zwerg, den du tötest, heulen. Hier. Oh. Oh Gott, wer ist denn da umgefallen? Das hörte sich nach einem Headset an. Oh ja, das war gerade bei mir. Böser Glypo. Sorry. Lacht nix. Alles gut. Hat ja niemanden getötet. Hat er nicht? Gott sei Dank nicht. Was weißt du? Vermut ich einfach. Sicher, dass ich niemanden getötet habe? Wie gesagt, vermut ich einfach. Ach, wie lebe. So. Die nächste Reihe wird Rankenpflanzen danach. Weil da habe ich nämlich ganz viele Hemm-Zombies. Und die sind natürlich nicht so gut. Wie man weiß. Da oben ist noch eine Sonne. Weiß man das? Ja, das weiß man. Hemm-Zombies nix gut. Die tun immer auf so intelligent, weißt du, solche Hemm-Zombies. Ich bin intelligent, ich muss meinen Kopf schützen. Ich weiß auch alles, aber es ist halt immer richtig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich brauche die Rankenpflanzen. Ich brauche die Rankenpflanzen. Ich brauche die Rankenpflanzen. Oh Gott. Jetzt wird es immer schwerer. Da stellen wir mal einen Stein hin. Ja, ich habe ein rotschwänziges Streifenhörnchen. Okay, jetzt versuchen sie alle da durchzukommen. Und da steht Gott sei Dank noch so eine Paranus-Gedöns. Oh, 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 oh. Jetzt wird es schwer. Jetzt wird es schwer. Nehmen wir so einen großen. Jawohl. Jetzt wird es gerade schwer, weil die haben meine Verteidigung an einer Stelle sehr, sehr schrumpfen lassen. Oh, Marc macht wirklich Let's Play alleine. Let's Play alleine weiter. Aber ich kann nicht. Das hatte ich auch gerade auf der Zunge. Ich wollte es nicht gerade sagen. Ja, aber es geht hier gerade nicht anders, weil ihr euch alle konzentriert, beziehungsweise was anderes macht. Und dann muss ich halt ein bisschen die Führung übernehmen. Naja, sagt ja auch keiner was gegen, denke ich. Ich bin ja auch hier der Let's Player und ihr seid nur die Community. Die Diener. Wir sind nur die Bim, musst du nebenbei herlaufen. Na, so würde ich das jetzt nicht sagen, aber ja. Nein, Quatsch. Scheiße, ich habe da oben drei Stück. Gott, ich brauche mehr Sonnen. Das ist die letzte Welle. Also ich halte hier nur so lange durch, bis du die Aufnahme abbrichst. Ich hasse es. Ich hasse es auch. Ich bin fast fertig mit der hier jedenfalls. Mit der Welle. Da oben kommt wieder einer durch. Ich habe auch Anstein. Gut, dass ich jetzt gerade keine Facecam habe, weil ich gucke gerade sehr konzentriert und habe den einen Arm aufgestützt, beziehungsweise den Kopf aufgestützt auf den einen Arm. Oh Gott. Ich gucke gerade sehr doof. Ich gucke richtig doof gerade. Das möchtest du nicht sehen. Gut, siehst du sowieso jeden Abend. Wie doof ich gucke. Guckst süß. Oh, ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Ich liebe euch alle. Oh, wie schön. Aber ich hasse dieses Spiel. Ich möchte das nicht noch. WoW oder Planes vs. Zombies in WoW? Oh, überlebt die Welle. Jawohl, ja. Die Welle habe ich überlebt. Jetzt kommt, glaube ich, die letzte Quest. Die Frage ist, machen wir jetzt noch die letzte Quest oder heben wir uns die für die nächste Aufnahmesession? Da ich gerade wieder sterbe, wäre ich für Zweiteres. Ja, ich wäre auch für Zweiteres, weil angesichts der Tatsache, dass die Zeit schon recht weit fortgeschritten ist und wir heute schon ein bisschen aufgenommen haben, würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Aufnahmesession weiter. Weiter. Und machen dann GZ zu Level 24. Und machen dann in der nächsten Aufnahmesession weiter. Oh, mein Bild hakelt gerade ein wenig rum. Ja, da wäre ich übrigens auch für. Gut. Ja, sehr gut. Ja. Ich würde sagen, einen schönen Abend. Ja, ich würde auch sagen... Für allen Anwesenden noch einen schönen Abend. Ihr seht ja oben rechts auch an der Karte die Zeit, wann wir immer aufnehmen. Von daher ist es jetzt schon relativ spät geworden. Ich würde sagen, wir verabschieden uns dann. Bis zum nächsten Mal. Bei. Third of Warcraft. Der steinige Weg bis Level 90. Sehr schön. Bald studieren wir das richtig ein und dann macht jeder so ein Wort. Das. 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 Und dann der nächste ganze Let's Play. Geht morgen weiter. Ja, dann musst du sowas aber vorher skripten mit uns. Weil so spontan. So was. Aus dem Stegreif geht das auch nicht. Das einzige, was ich vielleicht skripten würde, ist... Nein, das würde ich auch nicht skripten. Das, äh, nein. Ich werde nicht skripten. Ich werde nicht skripten. So. Wir behalten uns dann diese Questreihe für das nächste Mal, äh, auf. Oder bewahren uns die Questreihe für das nächste Mal auf. Plains vs. Zombies war das, meine lieben Freunde. Ich bin der Parlo. Das ist die Sosi. Das ist der Mogu. Und goodbye. Ja. Da hinten irgendwo ist der Glühwo, der versteckt sich gerade. Ja, der macht gerade ein Haustierkampf. Jo, und dann haben wir noch die Zylandra alias Joy Lean. Tschüss, schönen Abend noch. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.